Wie ändere ich die Farbe des Benutzernamens auf Twitch? Einige Benutzer möchten möglicherweise mit anderen chatten, während sie an einem Stream teilnehmen. Jetzt möchten sie die Farbe ihres Benutzernamens ändern, der anderen angezeigt wird. Normalerweise tun Benutzer dies aus Gründen der Personalisierung, damit ihr Kontoname von anderen Benutzern, die dort leben, unterschieden werden kann und andere seine Nachricht und ihn leichter sehen können. Rufen Sie dazu die Twitch-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie nun auf diese Option und geben Sie diesen Abschnitt ein. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie einen Stream abgehalten oder an einem Stream teilgenommen haben. Klicken Sie auf diese Option und diesen Dialogabschnitt, um diese Optionen anzuzeigen. Klicken Sie auf diese Option. Wählen Sie nun diesen Abschnitt aus. In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Farben auswählen. Das wähle ich zum Beispiel. Gehen Sie zurück und schreiben Sie einen Text. Wie Sie sehen können, befindet sich diese Farbe hier vor der Änderung und dem Anwenden der neuen Farbe, und diese Farbe befindet sich auch nach den Änderungen. Sie können ganz einfach die gewünschte Farbe auswählen. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.